Ab Mitte März sollen sich in Rheinland-Pfalz und der Region alle Menschen im Alter zwischen 70 und 79 Jahren für eine Corona-Impfung anmelden können. Zuvor seien allerdings noch über 100.000 Menschen über 80 Jahren an der Reihe. Diese Gruppe solle bis Mitte März einen verbindlichen Termin für eine Schutzimpfung bekommen. Im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Koblenz ist die Zahl der Straftaten um mehr als 5% zurückgegangen. Demnach seien im Jahr 2020 knapp 3.400 Straftaten weniger verzeichnet worden. Die Aufklärungsquote stieg auf 65,5%. Dieser positive Trend wurde allerdings auch durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst. So würde mit dem Wegfallen von Veranstaltungen und den pandemiebedingten Ladenschließungen oftmals die Tatgelegenheiten fehlen. Die Koblenzer Debica hat im Corona-Jahr 2020 erstmals die Schwelle von 5 Millionen Krankenversicherten überschritten. Wie Debica-Vorstandschef Thomas Bram gegenüber der Rhein-Zeitung sagte, habe man rund 84.000 neue Vollversicherte hinzugewonnen. Das zeige, dass man auch während der Corona-Krise leistungsfähig geblieben sei, so Bram. Rund 12.500 Euro hat der Spenden-Stream von unserem Sender, dem Zoo Neuwied, eingebracht. Die Sendung war am 7. Februar live mit Beiträgen aus den Tiergehegen des Zoos gestreamt worden. Dabei wurden die Zuschauer dazu aufgerufen, für die Rettung der Tiere und der Anlage zu spenden. Zu Gast war dabei unter anderem der Oberbürgermeister der Stadt Neuwied, Jan Einig. Das Projekt fand in Zusammenarbeit mit dem Landkreis und der Sparkasse Neuwied statt.